Die Rothschildkontrolle Liste von Banken im Besitz und unter Kontrolle der Rothschilds Eine immer größer werdende Zahl von Menschen beginnt zu begreifen, dass 99% der Weltbevölkerung von einer Elite des übrigen Prozents kontrolliert werden. Wer aber kontrolliert diese 1%-Elite? Ist es eine bloße Verschwörungstheorie, die der Rothschild-Familie diesen Job unterschiebt? Denn die Rothschild-Familie soll buchstäblich alles beherrschen, sogar die Elite des 1%. Betrachten wir diese Behauptung daher einmal im Lichte nachfolgender Liste. Zumindest diese dürfte unwiderlegbar sein. Sie zeichnet nur Banken auf, die im Besitz und unter Kontrolle der Rothschild sind. Bitte anschnallen und los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die russische Zentralbank wurde 1917 nach der Revolution für 99 Jahre unter dem Handelsrecht durch Rothschild kontrolliert. Dieser Vertrag ist 2016 ausgelaufen, aber Rothschild kontrolliert die russische Zentralbank faktisch weiter. Im Lichte dieser Fakten lässt sich zumindest schon einmal die Behauptung verstehen. Die Rothschild-Dynastie sei hinter den Kulissen die zweifellos mächtigste Familie der Erde. Deren geschätzter Wohlstand belaufe sich auf 500 Billionen Dollar. Kein Mensch kann diese Zahl noch rational erfassen, denn eine Billion sind eine Million mal eine Million. 500 Billionen Dollar wären dann ja 500 Millionen mal eine Million Dollar. Eine 5 mit 14 Nullen also. Freilich ist es daher ein Ding der Unmöglichkeit, diese geschätzte Summe stichhaltig zu belegen. Es verhält sich mit Vermögenswerten dieser Größenordnung wie mit den Urtiefen des Ozeans. Sie steigen und sinken jeden Moment in unfassbaren Mengen. Die Rothschild-Kontrolle Teil 2 Die Tatsache, dass die US Federal Reserve Bank ein Unternehmen in Privatbesitz ist, ist der allgemeinen Öffentlichkeit praktisch unbekannt. Ebenso weist die allgemeine Öffentlichkeit nichts davon, dass die FED sich auf ihrem eigenen Grundstück befindet und vor US-Gesetzen geschützt ist. Dieses Privatunternehmen druckt das Geld für die US-Regierung, die ihm für diesen Gefallen Zinsen bezahlt. Kontrolliert wird die FED wiederum durch die Dynastien Rothschild, Rockefeller und Morgan. Die ganzen USA sind somit bei der FED verschuldet. Auch haben die meisten in den USA lebenden Leute keine Ahnung, dass der Eternal Revenue Service eine ausländische Behörde ist. Um genauer zu sein, der IRS ist eine private ausländische Körperschaft des Internationalen Währungsfonds und ist die Privatarmee der Federal Reserve Bank. Sein Hauptziel ist sicherzustellen, dass das amerikanische Volk seine Steuern bezahlt und alle gute kleine Sklaven sind. 1835 erklärte US-Präsident Andrew Jackson seine Verachtung für die internationalen Banker. Ihr seid eine Grube voll mit Schlangen und Dieben. Ich habe beschlossen, euch auszurotten. Bei Gott, dem Allmächtigen, ich werde euch ausrotten. Wenn die Menschen nur das abscheuliche Unrecht unseres Geld- und Banksystems verstünden, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Es folgte ein vielgeschlagener Attentatsversuch auf Präsident Jackson. Jackson hatte zu seinem Vizepräsidenten Martin Van Buren gesagt, Die Bank, Mr. Van Buren, versucht mich umzubringen. Dies war der Auftakt einer Reihe von Intrigen, die das Weiße Haus noch jahrzehntelang heimsuchen sollten. Sowohl US-Präsident Lincoln als auch John F. Kennedy wurden für den Versuch ermordet, das Land von den Bankstern zu befreien. Die Megabanken der Welt Es gibt zwei Megabanken, die allen Ländern auf der ganzen Welt Kredite anbieten, nämlich die Weltbank und der IWF. Die erste befindet sich in gemeinsamen Besitz der Top-Bankiersfamilien der Welt, wobei sich die Rothschilds ganz an der Spitze befinden, während die zweite den Rothschilds ganz alleine gehört. Diese zwei Megabanken bieten Entwicklungsländern Kredite an und benutzen ihre fast unmöglich zurückzahlbaren Zinsen, um sich am realen Wohlstand zu vergreifen. Land und wertvollen Metallen. Aber das ist noch nicht alles. Ein wichtiger Teil ihres Planes ist es auch, die natürlichen Ressourcen eines Landes wie Petroleum oder Gas mithilfe der Unternehmen auszubeuten, die ihnen im Verborgenen gehören, sie zu veredeln und demselben Land zurückzuverkaufen, wodurch riesige Profite erwirtschaftet werden. Aber damit diese Unternehmen optimal arbeiten, brauchen sie eine solide Infrastruktur, die üblicherweise in den sogenannten Entwicklungsländern fehlt. Und so stellen die Bankster, die selbst die fast unmöglich zurückzahlbaren Kredite anbieten, noch vorher sicher, dass der Großteil des Geldes in, sie haben es erraten, Infrastruktur investiert wird. Diese Verhandlungen werden durchgeführt von sogenannten Economic Hitmen, die dadurch erfolgreich sind, dass sie denjenigen, die in der Lage sind, ihr Land zu verkaufen, eine hübsche Belohnung bezahlen oder sie mit dem Tode bedrohen. Für weitere Informationen über das Thema empfiehlt sich das Buch, Bekenntnisse eines Economic Hitmen zu lesen. Die eine Bank, die alles beherrscht, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ist offensichtlich von den Rothschilds kontrolliert und der Spitzname ist Turm zu Basel. Die wahre Macht der Rothschilds geht viel weiter über das Bankenimperium hinaus. Wenn sie noch nicht über die Macht der Rothschilds in Erstaunen versetzt wurden, wobei sie es sicherlich sind, nehmen sie bitte zur Kenntnis, dass sie auch hinter allen Kriegen seit Napoleon stehen. Das ist der Fall, seitdem sie entdeckten, wie profitabel es ist, beide Seiten eines Krieges zu finanzieren. Und sie haben es seitdem die ganze Zeit übergetan. 1849 sagte Gutle Schnapper, die Frau von Meyer-Amschel Rothschild, wenn meine Söhne keine Kriege wollten, würde es keine geben. Und so ist die Welt im Krieg, weil es für die Rothschilds und ihre parasitären Bankster-Verbündeten sehr, sehr profitabel ist. Und solange man weiterhin ihr Geld benutzt, wird die Welt niemals in Frieden leben. Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass es sich hier um einen sektenhaften Geheimbund und nicht um eine jüdische Verschwörung handelt, wie viele denken, und sich zur Rassendiskriminierung hinreißen lassen. Selbst wenn diese Bankster sich Juden nennen würden, sind sie keine. Denn dem echten Juden ist der Zinshandel gemäß 3. Mose 25, Vers 37 strengstens untersagt. Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben und deine Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag geben. Es ist für viele schockierend herauszufinden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine Körperschaft sind, die vom Ausland beherrscht wird. Ihr ursprünglicher Name war Virginia Company und sie gehörte der britischen Krone. Die britische Krone darf allerdings nicht mit der Königin verwechselt werden, denn diese hat weitgehend nur zeremonielle Befugnisse. Die britische Krone überschrieb das Unternehmen dem Vatikan, der die Ausbeutungsrechte zurück an die Krone übergab. Die US-Präsidenten werden zu Hauptgeschäftsführern ernannt und ihre Aufgabe besteht darin, Geld für die britische Krone und den Vatikan zu erwirtschaften, die jedes Jahr ihren Anteil an den Gewinnen einstreichen. Die britische Krone beherrscht im Geheimen die Welt von einem 677 Morgen grossen, unabhängigen und souveränen Staat, der als City of London bekannt ist. Diese andere Krone besteht aus einem Komitee von zwölf Banken unter Führung der Bank of England. Raten Sie mal, wer die Bank of England kontrolliert. Ja, richtig, die Rothschilds. 1815 machte Nathan Meyer Rothschild die folgende Aussage. Ich kümmere mich nicht darum, welche Marionette auf dem Thron von England platziert ist, dem Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium. Und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Es ist somit nicht eine bloße Verschwörungstheorie, dass das Haus der Rothschilds tatsächlich an der Spitze der Machtpyramide steht. Forscht man gründlich nach, entdeckt man sie als Drahtzieher der neuen Weltordnung und als komplette Dominanz einer weltweiten Agenda. Sie stecken hinter der Europäischen Union und dem Euro. Und sie stecken hinter der Idee der Nordamerikanischen Union und dem Amero. Sie kontrollieren alle Geheimdienste der Welt. Und ihre Privatarmee ist die NATO. Und die Nächste Nächste Vielen Dank.